Immer wieder wird die spannende Frage gestellt, was sind eigentlich Wolfshybriden? Schauen wir in die freie Wildbahn. So haben wir bisher einmal in Deutschland den Fall der sogenannten Hybridisierung des Wolfes mit einem Hund gehabt. Das bedeutet ganz konkret, dass seinerzeit eine Wolfsfee, die schon ein eigenes Jagdrevier hatte, sprich sich territorial niedergelassen hat, in der kommenden Paarungszeit keinen echten Wolfspartner in Form eines Rüden an ihrer Seite hatte. Sie machte sich scheinbar auf die Suche nach einem Haushunde-Rüden, wobei sie dabei auch fündig wurde. Das heißt, sie hat sich tatsächlich von dem Haushunde-Rüden decken lassen, zurück ins Revier, zwei Monate etwa abgewartet, sprich den Zeitraum Ende April bis Mitte Mai, als die Geburt der Welpen einsetzte, konnten somit tatsächlich auch dann im Folgesommer, wiederum zwei, zweieinhalb, drei Monate später, tatsächlich durch Menschen, sprich Biologen, die Welpen entdeckt werden. Hybrid-Welpen sind weder wirklich ein ganzer Wolf, weder wirklich ein ganzer Hund. Es ist 50-50 gemischt. Nun, ich denke, dass wir hier in Deutschland diese Hybridisierung, wenn wir die Möglichkeit haben, unterbinden sollten. Seinerzeit gab es deshalb auch eine Sondergenehmigung, diese Hybrid-Welpen der freien Wildbahn zu entnehmen. Es gibt andere Länder, wo wirklich freilaufende Hunde noch an der Tagesordnung sind, wo sie ein fester Bestandteil des Lebens sind, in häufig in osteuropäischen Ländern, in nordamerikanischen Ländern teilweise. Dort ist tatsächlich die Hybridisierung ein größeres Thema. Ich denke, dass das hier in Deutschland eher sehr minor sein wird und eben nach Möglichkeit zu unterbinden sein sollte. Das Halten von Wolfshybriden in privater Hand ist ohne Sondergenehmigung verboten.